Hier zeige ich euch einen Pätschaft, über den ich leider noch nicht Näheres herausfinden konnte. Im Ludwigseum haben wir unter der Losnummer 147 diesen Originalhelm schon gezeigt, den Helm des bayerischen Chevalier-Regiments für Offiziere. Der ist auf diesem Pätschaft auch dargestellt, auch mit dem L mit Krone vorne drauf. Es ist aus schwerer Bronze und ist aus jeden Fall aus Bayern im 19. Jahrhundert und sicher zur Zeit König Ludwig II. Es ist eine kanilierte korinthische Säule, ein relativierter Fuß mit doppeltem Kapitel und eben als Aufsatz der bayerische Rautenhelm. Auf der Vorderseite der Säule ist der Abdruck der Siegelplatte. Und da sehen wir ein K-A-Z-A und eine Mitra obendrauf, zwei Wappen und als Spruchband in Fide Victoria und ein kleiner gekrönter Doppeladler. Ich kann mir keinen Reim draus machen, aber es ist ein wunderschönes Stück aus der Zeit als Pätschaft eben. Das ist ein wunderschönes Stück aus dem K-A-Z-A. Das ist ein wunderschönes Stück aus dem K-A-Z-A. Das ist ein wunderschönes Stück aus dem K-A-Z-A.